Ebenfalls sind noch ein paar weitere deutsche Teams hier in dem Last Chance Qualifying Practice unterwegs. Unseren deutschen Teams gilt es natürlich hier die Daumen zu drücken, dass sie hier eine der sechs schnellsten Rundenzeiten fahren. Anfeuerreist ist also ein Sechst von insgesamt. 28 Teams schaffen. Nein, ich glaube nicht hier, von Kai Haase. Und jetzt, Luffy Reis. Luffy Reis. Telefonk пропelt. Luffy Reis. Luffy Reis. Der Manni, Manni, mach mal der Manni mit dem Stahler! Sonami, mach mal der Manni mit dem Stahler! Die Manni, der Charly, er hat sich gerettet. Ich hab schon 2 Mal gesehen, er hat sich die abgenommen. Der Charly, die Charly, der Charly, der Charly, der Charly, der Charly. Der Charly, der Charly, der Charly! Das war ganz schön krattern. So wie sieht es aus? Macher ist die Rehung für Reihase! Manso, Herr und Franz, Juki Weiss! Das ist die Stimme, aber ich habe es nicht genug. Und mein Lieber, Jessica Hammer mit einem Legsball. Und hier Leute, wie sieht es aus? Das sind die Jungs, die sind hier. Ich war nicht vom Packer an die Prozüge gemacht, deshalb ist der Applaus an für die Jungs! Durch die Kraftfahrer für Teilhabe und Lufthalpe! Ok, jetzt machen wir! Uwe Biss! Jetzt hier ist weiter Lugweiss! Der Windmaster! Lugweiss, Linzow! Urteilt ihr das? Freihalte und sind fertig! Holze! Und weiter geht! Killing 3! Jina! 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 Und jetzt ist es Das war ein Rappen-Hermann-Klein! Das war ein Rappen-Hermann! Das war ein Rappen-Hermann! Der Götzlöschloss! Und das war ein Rappen-Hermann! Das ist der Rappen-Hermann!